Hallo und herzlich willkommen bei der Bergischen Trauerschmiede. Mein Name ist Elena, ich bin Inhaberin der Agentur Traufräulein und der Bergischen Trauerschmiede und mittlerweile seit dem Jahr 2015 in diesem Bereich selbstständig tätig. Seitdem durfte ich auch schon zahlreiche Rednerinnen und Redner auf dem eigenen Weg in ihren Traumberuf begleiten und so gut wie alle davon sind immer noch Teil dieses großen Netzwerks. Wenn du dir dieses Video anschaust, denkst du vermutlich auch darüber nach, den wundervollen Job des freien Trauredners zu lernen. Und dann bist du hier genau richtig. Dieses Ausbildungsformat basiert sowohl auf digitalen als auch auf persönlichen Lehrinhalten. Zunächst arbeitest du dich mithilfe von vielen kurzen Videos und einem Worksheet durch die verschiedenen Themenbereiche. Es gibt insgesamt drei große Themenblöcke. Der erste heißt der Schritt in die Selbstständigkeit. Hier geht es darum, welche wichtigen Punkte du bei diesem großen Schritt beachten solltest, wie du überhaupt einen Einstieg in die Branche findest, Fuß fassen und Aufträge erzielen kannst. Dabei ist es egal, ob du vielleicht schon ein Unternehmen gegründet hast und als Redner tätig bist oder dich ganz frisch selbstständig machst. In den nächsten beiden Themenblöcken, die Arbeit des Trauredners sowie der Hochzeitstag und die Nacharbeit, geht es dann um die eigentliche Tätigkeit als Trauredner. Hier lernst du Schritt für Schritt von der Anfrage über das Schreiben der Rede bis hin zur Nacharbeit die perfekte freie Trauung zu gestalten. Du bekommst von mir viele Vorlagen, Texte, Beispielreden und natürlich viele Tipps und Tricks, damit du selbstsicher und gut vorbereitet in deine erste Trau-Saison starten kannst. Außerdem findet im Anschluss noch ein persönliches Coaching statt, wo du mir all deine noch offenen Fragen stellen kannst und wir gemeinsam deine erste Trauredner analysieren. Und natürlich darfst du mich dann auch auf eine echte freie Trauung begleiten, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie so ein Tag dann nicht mehr in der Theorie, sondern in der Praxis abläuft. Und natürlich wirst du, wie bei allen Lehrgängen der Bergischen Trauerschmiede, in unser großes Rednernetzwerk aufgenommen und stehst daher auch nach deinem Lehrgang niemals allein da. Egal, ob du Rückfragen zum Inhalt oder Fragen zu deinen ersten Trauungen hast, bislang konnten wir immer weiterhelfen, neue Denkanstöße geben und am Ende eine wunderschöne Trauung gestalten. Außerdem stellen alle Redner auch ihre doppelten Anfragen in das Netzwerk, sodass du schnell und auf Empfehlung deine ersten Aufträge bekommen kannst. Du hast Lust, den schönsten Job der Welt zu lernen? Dann lass uns starten!